yo moin leute hier ja ihr habt ja sicher lange nichts von mir gehört ja es liegt daran dass ich zurzeit viel arbeiten muss aber egal ihr seht hier iron spiele auf einem privatserver diamond iron ist ganz nett hier bloß leider sind sehr wenig leute hier auf dem server obwohl er sehr gut ist sind gute raids drop rate ist gut kann schon in farm xp geht auch schnell kann man ein bisschen sich ziehen lassen oder man questet einfach auf paar quest gemacht und dann packt man das locker an einen tag ja so nette leute hier drauf die ms sind eigentlich aktiv nur zurzeit gerade keiner da ja wenn ihr bock habt dann zockt doch einfach mit könnt ihr mich anschreiben schreibe ich unten mein name rein wenn ihr es nicht schon gesehen habt und ja die homepage poste ich euch da auch ein und ja wäre cool wenn ich dann mal so paar von euch hier drauf sehen würde ja fliegen fliegen kann man auch überall also gibt keine fliegzonen und das lustige ist es ist hier noch weihnachtsskin drin also keine sorge die updaten und machen alles aktuell bloß das ist so gewalt denn der liebe diamantales ist also unser admin von dem server der hatte lust uns zu schocken nach dem nächsten nach den letzten update und ja das ist hier halt weihnachten kann man auch noch so eine schöne musik anmachen ein bisschen weihnachtslieder an oder nicht es gibt es noch zu sagen man kann sich hier die coins kann man sich kaufen also muss man nicht kaufen sondern kann man umtauschen für china punkt exchange toll und dann den betrag den haben wir zum beispiel jetzt fünf millionen mal so sind 100 credits und ja so kann man sich dann hier alles holen was man braucht waffen padmaraschkas und orkanschwingen haben wir hier bei rüstung halt padmaraschkas set padma ist halt besser finde ich ein teil kostet 3000 geht eigentlich noch ist noch machbar und ja kann man sich auch noch ein paar titel holen die titel haben wir als stats wie ihr wissen und was noch lustig ist lustig ist eigentlich ganz nett so so skins für für die ansie sagen kann man sich angucken sind ganz nette dabei ja das habe ich mir zum beispiel gekauft sieht ganz nett aus ja was habe ich gerade für mich habe gerade das ältesten set leder ganz normal noch nichts neues halt auch noch low nur mana steine drin und so und da kommt auch schon der gerd das ist ein gm und ja dann warst du das mal würde mich freuen wenn ich jemanden sehe und tausen